Guten Tag Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Check namens The Dwarf War One. Keine Ahnung, New Game einfach. Ich habe das Lied im Tier Lawling. Ich habe das Spiel für 2 Euro oder so bekommen, aber ich habe ja euch schon erzählt. Pulook, a funny thing happens on the way. Er erzählt, dass... Looks like we are on the right track, the landmark. Hit it. Okay. Äh, ja, billiger bekommen hat, weil wenn man ja, ähm... Barbaros, you a weird ones? Try me. J, I'll put the one. It's a stone. Hmm. Well. Tell me a... Nee. Tell me again with the message of me. I think they follow the pattern covering the whole stone. Hmm. Don't talk to your memory. My friend, this is not a one. What? Take a look over there. Wow. Cool. Äh, ja. Das nix. This is not a one. It's just the icon. The Canadian and the world. It's just to make a perfect dream. Kann ich jetzt beginn und nicht diese Story lesen? Ah, dieser weite Weg, ich kann nicht mehr. Time to go underground. Okay. Was ist denn das? Die bleiben stehen. Was ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das magische Urgen? Wo ist das magische Urgen? Ja, jetzt halt mal dein Mühl. Ich will lesen. Äh. Ja, bitte. The Teclis. Mal die Hornet School Cup. Mal die Handlung auf der Speed. Mal die Kamera. Mal die Dakota, die Mi-Feed. Mal die Kamera. Mal die Kamera. Mal die Kamera. Ja, Mann. Und... Tja. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, ich freu mich über ein Dislike und schau. Okay, äh, in Adventure Mode klick the game with delaying. Das war der, ne? Hallo? Two party members follow, achso. Äh, close, okay. Chapter one. A day in the cave store. Achso. Hä? Da! Die können wir bestimmt schon sehen. Kommt! Was? Why should I get a thumb equipment for the world? You sound like a mentor. Of course I sound like a mentor. I'm your father of all. Ja, äh, open. Ja. Zehn Jahre später, ehrlich. Oh mein Gott. It's there. It's there. No, it's there. Äh, w-what is a surprise? Okay, look at. Blablabla, äh, use a item. I'm order to, uh, I'm order to use something. We have to have a face. Hier vielleicht? Open. Komm, da muss aber irgendwas drin. Und... It's there. It's there. It's there. Pick up. Uh. Okay. Äh, open. Vielleicht einschlag. It's there. Und it's a surprise. Jetzt mach doch auf. Ja. Hä? Hier, angucken. Oh. Pick up. Pick up. Ich hab auch kein... Oh. Oh. Lose. Okay. Ich... Vielleicht jetzt. Open. Vielleicht anbrennen. Okay. Hm. Use item. Als ob der jetzt... Ah. Okay. Hä? All weapons. Ja. Kann ich denn jetzt nehmen? Ja, ihr kriegt gar nix. Hä? Okay. Ist mir doch egal. Denn es stirbt halt. So. Kann ich jetzt endlich hin? Ja. Ja. Hier. Irgendein Ding. Okay. Okay. Ich hab auch jetzt keinen Bock, das alles zu lesen, ne? Okay. Vielleicht... Man kann damit drehen. Open. Geht immer noch nicht, ne? Ich glaub ich bin... Open. Wieso geht's jetzt auf... Wieso geht's jetzt auf... Okay. Äh... Da, 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 da... Da, da. Äh. Ah. Okay. Kann ich irgendwie hier... Ach, der hat die Fackel, weil wie... Okay. Vielleicht muss ich mich irgendwie hier umgucken. Noch mehr Kisten oder so. Ähm... Look at's... Ich hab keine Ahnung. Was soll ich denn hier machen? Vielleicht das hier einfach nehmen? Aha. Hä? Ich will die ja nicht verbinden, ich will die meinen Hand haben. Warte mal. Hier ist immer viel Equipment. Der nicht. Hä? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Guck mal, ich bin zu blöd dafür. Okay. Gucken bringt auch nichts. Ja, Equipment. Wie krieg ich Equipment her? Invent-Failway vielleicht. Okay. Close. Aha. Hier, Left-Hand. Ist das so verbuggt? Okay. Hä? Left-Hand. Warum nicht? Nimm doch das... Nimm das Brett. Okay. Hä? Okay. All Waffen. Ach so. Das ist nur irgendwas. So. Was muss ich denn machen? Okay. Hä? Okay. Hilft angeblich nicht. Machen wir dann mal... Ich mach mal Options. Okay. Nein! Oh, Scheiße. Oh. Bis gleich. Scheiß auf. Ich freue mich über ihn. Dislike. Und... Entschuldigung, wenn ihr jetzt nur noch schwarz seht oder so. Tut mir leid. Ehrlich. Egal. Das Spiel ist... Blöd. Ich komme nicht weiter. Ich bin zu blöd irgendwie das zu lesen oder so. Irrelevant. Jetzt seht ihr nur noch schwarz. Ich würde sagen, ich freue mich über ein Dislike und ein Ciao. Ja. Ich liebe dich.